Der Pocket Hole Jig 27 Pro ist die bisher fortschrittlichste Taschenlochbohrschablone von Crack. Er ermöglicht die Umsetzung von Projekten schneller und effizienter dank seiner exklusiven Automax OneMotion Spanntechnik. Zusätzlich sind im Lieferumfang der Taschenlochbohrschablone 27 Pro die klappbaren Materialauflagen der Crack Basisstation enthalten, womit die ultimative Taschenlochbohrstation entsteht. Die Materialauflagen können separat eingesetzt werden oder man befestigt diese direkt an der Bohrschablone, damit bekommt man mehr Auflagefläche. Um mit dem 27 Pro zu starten, positionieren Sie das Werkstück in der Schablone und drücken den Spannhebel nach unten. Die Schablone positioniert die gehärteten Bohrhülsen automatisch, während das Werkstück eingespannt ist. Optimal für perfekte Taschenlöcher und das flexibel für Materialstärken von 13 bis 38 mm. Die Anti-Rutsch-Oberfläche hält das Holz sicher in Position. Anschließend einfach den tiefen Anschlag am Crack-Holzbohrer einstellen. Eine integrierte Skala M27 Pro beinhaltet sogar noch weitere Einstellungen. Die integrierte Zubehörhalterung verstaut das Zubehörgriff bereit. Die integrierte Stababsaugung kann beidseitig verwendet werden. Die Taschenlochbohrschablone 27 Pro kann vertikal oder horizontal eingesetzt werden. Durch die stahlverhärtete Struktur und einem Spannmechanismus aus Stahl- und Aluminiumguss ist die Taschenlochbohrschablone 27 Pro für den langjährigen Einsatz gebaut.